Liebe Leute, was geht? Euer Marco hier. Ähm, ich hier jetzt die Tankstelle. Ich muss überlegen, wie die Tankstelle ist. Ist da hinten irgendwie. Ich muss da hinlaufen. Abends. Durch Düsseldorf. Scheiß drauf. Ja, sind jetzt unterwegs. Durch Düsseldorf. Ich glaube, die ist ganz da hinten in die Tankstelle. Erleben. Was ist denn? Restaurant. Ja, unterwegs. Hier ist es drin. Ja, das ist tot, wo die Tankstelle ist. Ist die da vorne? Ja, da vorne ist es. Noch ein Laden. Gibt's überall Laden in der Nähe. Überall. Überall in jeder Ecke gibt's Laden, wie es das und Ananas hat. Chinesisch, japanisch, Döner. In jeder Ecke gibt's einfach Dönerladen. Pizzeria, Pressbüchen, alles. Gibt's hier. In jeder Ecke. Und ich muss auch gleich rüber. Weil ich hab die Tankstelle gesehen. Und ich muss gucken. Morgen. Wie ist das in Barhof-Kamera. Was die meinte, dass der hier die Richtung ist. Da spiegst du wieder Fatzen. Oh ja, du Scheiße. Ja, hier rüber muss ich jetzt. So, wie so ein Wartner ist dran. Ich muss mein Handy jetzt wegmachen. Dann bin ich wieder auf den Lipp zurück. Einen Treter wurde geholt. Ja. Einfach mal über die Straße mit jetzt kommen. Ohne, dass mich ein Auto am Pferd fährt. Ich sag schon mal, dass du... Ich sag schon mal, dass du da fett mich gut. Ich find die Stadt richtig geil. Die Geile Stadt, sehr groß. Sehr cool. Es sind zwar viele bekloppte Leute, die hier irgendwie viele behinderte Kinder und so. Aber sonst ist die cool. Ich sag schon mal über die Straße. Ich sag schon mal über die Straße. Jetzt weißt du, wie lange der Schrauben macht, was jetzt die ganze Anzeige sind. Wir fahren so viel weiter. Ah, hier haben wir uns vorbei. Wir fahren schon lang, oder? Ich glaube, hier ist das Gros. Ne, ein zweiter. Eins, zwei, drei, oder? Ja. Okay, Leute, sag schon mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns heute. Tschüss. Details. ... ... ... ... ... Vielen Dank.